Nein! Hi, herzlich willkommen von Nala und Baloo. Ihr könntet es heute sehen, jetzt sind wir auf der Weide und die Mütter mit ihren Fohlen sind hier. Und wir sind gerade dran, der Nala beizubringen, dass sie nicht immer so nah an das Fohlen geht, weil die Pixie mag das gar nicht so gerne, legt die Ohren an und das kann ganz schön heftig werden. Und das erinnert mich, dass wir echt auch lernen müssen, gut miteinander umzugehen, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und Nala muss das noch lernen, wie ihr sehen könnt. Okay, ich wünsche euch einen guten und gesegneten Tag und liebe Grüße von Nala und von Baloo, der ein bisschen Abstand hält, weil er weiß, dass die Pferde ganz schön groß und kräftig sind. Und von der ganzen tollen Herde, die ganz toll zusammenarbeiten. Und ich erzähle euch dann mal irgendwie später, wie das immer weitergeht und wie die Hunde und die Pferde auch Freunde werden. Tschüss! Auch von Nala. Tschüss!